Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge Clash Royale. Heute wollen wir ein Chest Opening machen und im Shop habe ich auch Gold da gelassen. Das ist nichts neues, aber zuerst nehmen wir mal das Gold. Du hast 200 Gold erhalten, schön. Dann kriegen wir noch 5 mal die Volküre. Dann kriegen wir 70 Gold, ein Bombenturm und 12 Lakaien. 83 Gold, ein Musketier, 12 Bogenschütze, 74 Gold, ein Riese, 12 Elite-Babanen. Finde ich toll. Und dann kriegen wir noch 205 Gold, 10 Lakaien, Horde, 26 Elite-Babanen, 4 Kobold-Hütten und eine Hexe, eine epische. Okay. So, zum anderen habe ich hier ein neues... Ne, das ist doch nicht mein Deck. Niemals. Das hier ist mein Deck. So, hier ist ein neues Deck von mir. Ich kann es hier mal... So, äh... So, so, hier. Ich habe 4 Legendäre, 2 Ehebische, eine gewöhnliche, seltene von jeder Karte, eine. Und... Äh, mehrere, 4, 2, 1. Und wir spielen mit dem Deck mal. Mein Trick ist es eigentlich, den Funky an den Turm anzukommen lassen. Natürlich helfe ich den Funky dabei. Guck mal, so eine Ferne... Inferne-Türme kann ich leider nicht ausstehen. Inferne-Türme, aber kein... Ich habe keine Ahnung, wie ich da reagieren soll. Das sind halt Inferne-Türme. So... Megalakeil tankt. Tankt, wie auch immer. Ich bin außerdem gerade nicht wirklich in Stimmung, weil... Ich muss sagen... Mein... Ich hatte heute keinen tollen Tag, einfach... Aber irgendwie läuft es auch nicht gerade richtig. Ich habe das Chest Opening eigentlich gemacht, weil ich die Truhen loswerden wollte. Und deswegen kommt auch heute wieder mal ein neues Video. Schlecht. 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 Der ist noch schön... Wird leider nichts draus... Ne, wird nichts. Wird leider nichts mehr. Der Kampf ist endgültig verloren schon. Der hat mal einen Treffer gekriegt, aber dann hat man mit dem Treffer wirklich zufrieden So krank der Typ ist, wird er auch noch mal einen Turm unterbekommen Okay, das war eine behinderte Runde Ich glaube sogar, dass mein zweites Chest Opening schon der in den kompletten Folgen, also erst zwei Ich wollte erwarten, bis ich eine bessere Truhe kriege oder mehr Gold, aber geht einfach nicht Den Ritter hat der gefailt oder so gesagt, weil er wollte, zwei Arten davon gibt Auf jeden Fall haben sie den Laka in den Schaden gemacht, dass ich gedacht hätte, ich habe sie nicht gefilmt, weil ich nicht darf, dass die so viel machen Minipecker schafft zum Turm, okay Wenn man ihn kennt, wollte man wissen, dass er alles zerschnackt Das blöde ist, die haben sich gerade aufgesplittet, aber Was soll's Scharf bricht er etwas spät Das unterschätze ich nicht, genau Fertig, stimmt Nein Nur sehr schlechte Sachen jetzt gerade hier Den anderen hat er auch Das war's Das war's Das war's Ich hoffe ich nur noch, dass dieser Elektromadion mir dankbar sein wird, aber bitte nicht, das freut mich sogar noch mehr. Mein Kampf, können wir noch mal machen. Ich denke, wenn ich einmal Arena 11 bin, äh 12, dann werde ich da auch nie wieder spielen. Lange nicht mehr. Okay. Ich würde Funky durchsetzen. Schön für ihn. Obwohl, der Rakete war gar nicht so gut. Die Rakete war gar nicht so gut. Ich will, dass er einfach wieder Kampfholz setzt. Deswegen werde ich gleich die Princes wieder machen. Und so, dass er meinen Dings nicht trifft, mache ich das so. Perfekt jetzt gewitzt. Oh. Da werde ich mal direkt angreifen. Komm, er wird hoffentlich seine Rakete wieder. Schön. Weil er hat nicht viel mehr Schaden gemacht. Das bedeutet, er gibt damit nur Elixier aus seiner Rakete. Schön. Ich glaube sogar, ich werde jetzt anstatt... so hier. so hier ist es jetzt zu. So hier ist es jetzt zu. Sooooooo Diese Kackle aber. Er hat sich entschieden, den Fungie zu töten. Der hat auch das Kampfholz werfen müssen. Gewinnen werde ich das nicht mehr. Geffen könnte das auch. Das kann ich nicht mehr gewinnen. Das würde er noch mit mehr Zeit gewinnen. Das kann ich aber nicht mehr gewinnen. Ich bin nicht mehr gewinnen. Ich bin nicht mehr gewinnen.